Ich war natürlich glücklich, dass endlich was gekommen ist. Und sie hat ja auch geschrieben, dass sie geschwiegen hat, weil es sicherer ist. Aber ich glaube, für viele Fans wäre es auch schon einfach genug gewesen, hätte sie unter den vielen Videos, was halt im Internet war, nachher kommentiert oder irgendwas. Ich glaube, und das hätte, ich finde, nicht die London-Shows gefährdet. Ich glaube, das wäre auch einfach genug gewesen, einmal irgendwas zu bekommen. Aber jetzt natürlich bin ich glücklich, dass sie nur was geschrieben hat. Ja, ich weiß, was sie gesagt hat. Ich finde es schön, dass sie sich gemeldet hat und dass sie was gesagt hat. Also ich habe mich schon gefragt, wann sie was sagen würde, aber ich finde es verständlich, dass sie erst jetzt das sagt, weil mit dem politischen Ding und dass sie sich nicht äußern möchte und so und dass sie ihre Fans beschützen möchte, finde ich schön. Ich finde es eigentlich sehr schade ihren Fans gegenüber, weil ich glaube, 200.000 Menschen waren in Wien und das ist schon eine sehr große Summe und diese lange warten zu lassen, finde ich einfach unverständlich.